Hier ist der gute, gute alte Sinclair, der einfach nur eine Seele von Hund ist, den man sicher wahrscheinlich auch in einen Hasenstall setzen kann und der würde dort auch nichts machen. Also er ist schon circa acht Jahre alt, da schaut sich die Katze an, die sich fürchtet, aber auch er ist dann strittlich zu bewegen und zu gehen. Komm mal her, alter Bub, komm her. Ja, Husten tut er ein bisschen, immer wieder durch die Leine gereizt und wenn sie halt im Freien draußen sind. Ja, schau mal. Ja, sowas macht er einen Bogen um das Katze-Raum. Ja, 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 gute Sinclair, ach der ist einfach perfekt. So ein guter, guter Hund ist das. Also, liebe Leute, wir haben lauter gute Katze verträgliche Hunde. Wir Samen, wir Samen sind ja, ne? Lass schon mal mal schauen. Ja, 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 ja. Dummes Katzi, du. Hat noch immer nicht begriffen. Aber gut. Ja. Ja.